Es sind im Moment bewegte Zeiten, die auch bei Hunehaltern für teilweise große Verunsicherung sorgen. Daher erhalten Sie hier ein paar Hinweise, Tipps und Anregungen für den Umgang mit Ihren Vierbeinern während der Corona-Krise. Auch wenn die Situation für jeden schwierig ist, helfen weder Panik noch übersteigerte Reaktionen irgendwem. Ganz im Gegenteil. Gerade unsere Hunde spüren unsere Gemütszustände sehr genau und lassen sich davon eventuell sogar anstecken. Versuchen Sie daher bitte auch zu Hause Ruhe zu bewahren und das auch auszustrahlen. Das hilft Ihnen und Ihren Vierbeinern. Selbst bei den ausgesprochenen Kontaktverboten bzw. Ausgangsbeschränkungen sind die gewohnten Spaziergänge mit Hunden nach wie vor erlaubt. Halten Sie diese aber möglichst kurz und bleiben Sie im Umkreis Ihres Wohnortes. Gehen Sie bitte nur mit Mitgliedern Ihres Haushaltes mit den Hunden raus zu Ihrer Sicherheit und der andere. Treffen Sie andere Hundehalter, halten Sie bitte den Mindestabstand von 2 Metern ein. Aufgrund der aktuellen Situation ist das gemeinsame Suchen nach entlaufenen Hunden sehr problematisch. Das gilt es von vorne herein so weit wie möglich zu vermeiden. Vielleicht lassen Sie im Moment den Hund lieber einmal nicht von der Leine, damit Sie nicht nachher vor einem Problem stehen. Achten Sie also nun besser auf Ihre Hunde denn je. Hunde können sich nach aktuellem Wissensstand nicht mit Corona infizieren. Sie können aber leider der Träger des Virus sein. Der Hund kann den Virus auf andere Menschen übertragen, wenn zum Beispiel ein mit Corona infizierter Mensch Ihren Hund streichelt oder die Leine anfasst. Vermeiden Sie daher den Kontakt zu anderen Menschen und Hunden. Teilweise sind nahezu hysterische Einkäufe über große Mengen auch schon in Tierfuttermärkten zu beobachten. Die Angst, dass es bald kein Futter mehr zu kaufen gibt, ist vollkommen unbegründet. Die Lage der Hersteller sind voll und Tierfuttermärkte werden geöffnet bleiben. Kaufen Sie gute Vorräte, aber lassen Sie bitte den anderen Tierhaltern noch etwas übrig. Großpackungen haben den Vorteil, dass sie nicht zu oft einkaufen müssen. Besonders für Hunde, die sonst viel Ausloch und Bewegung gewöhnt sind, ist es nun wichtig, sie zu Hause zu beschäftigen. Besonders, wenn eine Gassierunde mal etwas zu kurz ausgefallen ist, beschäftigen Sie Ihre Hunde auch drinnen. Denken Sie sich Suchspiele aus, kleine Denkaufgaben, Zerspiele und ähnliches.